Yo Freunde, bevor das Video anfängt, checkt uns auf Twitch ab, Black Bros Gaming, erster Link in der Beschreibung. Wir streamen jeden Tag, wirklich jeden Tag um 18 Uhr auf Twitch. Kommt auf jeden Fall rein, checkt das ab, zu wild Jungs. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns auf Twitch um 18 Uhr. Haut rein, peace. Tada, muss Nata spielen, damit ihr eine Chance habt, nämlich schön unmöglich. Ich distanziere mich von diesen Aussagen. Was können wir machen als hätte? Boah, Digga, Mann, mach besser auf mich. 4R9, Digga. Mama wenden, ob ich verliere, yo. R9, Hurlett, CR7, drück alle, ja. CR7, R9, Hurlett, ich hab nur die gesehen. Und Viera. Ja, ja, das ist krass, Digga. Digga, bitte, ja. Ey, tippt alle, als ich verliere. Das ist richtig sletty. Bruder, guck mal, wie der schon spielt, ey. Ey, der drückt schon Start, der wechselt jetzt. Prinz Nassim, ey. Nassim? Ja, 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 toll, ey, toll. Erster ist stream. Ey, will ich spielen. Ich kenn ihn nicht, wer ist das denn? Scheiße. Unnormal, krass. Nassim auf Twitch. Von Schalke? Ist das Schalke-E-Sportler oder was? Digga, gegen solche Leute muss man spielen, ja. Gegen solche Leute muss man spielen, Digga. Kau gegen Nassim, ey, er fickt doch mein Leben, ey, gegen Nassim. Ist er von Schalke? Wie heißt er auf Twitch? So heißt er, King Nassim. Profi? Lava. Ey, ich will auch gar nicht irgendwie spielen. Ich schreib mir jetzt bei Insta, dass ich mal gewinne. Wie heißt er auf Twitch? Ich kenn den nicht, Jungs. Ach, Profi-Fußballer? Ja. Ach so. Oh. Ich dachte, er ist Dings, ja. Hat schon 30-0 geholt. Weeeeee. Was ist das für ein Profi-Cousen, ey? Er spielt mehr Dings. Er spielt nicht gerade. Er spielt mehr FIFA als... Ah, shit, Alter. Der ist auch gar nicht live, der ist nicht live. Der war vor einer Stunde live, hoffe ich. Die Profis bekommen ICAM geschenkt, aber Bruder, der ist doch Profi. Warum holt der keine Pro-Player-Cast? Ihhh. Ohhhh. Hahaha. Hahaha. Wie schön Konzentration, Digga, ehrlich. Ich schwere, das ist, das sind jetzt sehr wichtige. Rot. 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 Digga, Digga, Digga. Ja, genau das wollte ich. Jetzt. Pfff. Ja, schade. Egal. Ich schwere, gib 100% Digga. Gib 100% Digga. Michi muss das Ding machen. Digga, guck mal wie er spielt. Auch wenn er 30-0 holt Digga, du holst 31-0 Leute. Gegen Fußballprofi zu spielen ist anders. Ehhh. Wetten machen, Bruder. Scheiß auf Wette jetzt, Digga. Jede Wette, die wir jetzt waren, Digga, ist nur ein Minus. Hatt ihr gemacht, Michi gibt gleich auf. Hahaha. Digga. Gib nicht auf, viel durch, ehrlich. Sag ich, dann lass mich dann spielen. Nein, ich spiele aber. Doch, Mann. Hahaha. Schön seid ihr. Hat er dieses FIFA schon 30-0 geholt? Aber Bruder, dass man gegen solche Leute spielen muss, der ist bestimmt schon Elite. Boah, hey, Digga, ja? Shit, du bist besser als er. Der kann nicht, der kann nicht, der Mann Digga. Das ist unheimlich gut, Digga. Oh, Digga, der kann nicht. Der kann nicht. Der kann nicht. Der kann nicht. Wer ist der denn? Zeig ihm mal, Digga. Ich spiele ihn, Digga. Sieh mal offiziell. Dieses FIFA, also dieses FIFA, hat er dieses FIFA schon 30-0 geholt? Der kann nicht, der kann nicht. Pack den Mann. BAH! Gib nicht. Ich spiele jetzt, Digga. Ich bin heiß auf den. Na, na, ich will gegen den jetzt spielen, Digga. Denk ein Profi-Fußballer an der, die sind, Kappa. Der spielt besser Fußball als Schalke in real life, Digga, Loot. Hahaha. Oder? Gegen solche Leute spiele ich voll gerne, Kappa. Der dribbelt, der dribbelt, der wird nicht spielen. Super. Mach gar keine Sinn. Egal. Mach auch so Tricks und so. Zack, zack. Die ganze Zeit rechten Stick benutzen. Ohne Sinn. Diese Filme. Wenn Freunde beim Fußballspiel zugucken. Ja! Ja! Stark, Junge. Egal. Mach weiter. Ist nicht unmöglich, Digga. Du musst ihn brechen. Ehrlich nicht unmöglich, Herr Abbruder. Du musst ihn brechen. Ja, seine Spieler sind gut. Der dribbelt gut und so. Aber du musst ihn brechen. Du musst den Mann brechen, Digga. Jetzt. Jetzt. Er sieht anstrengend. Und den hat er auch noch. Den. Wie. Der jetzt rollet und so, Digga. Du musst ihn. Nein! Anstrengend. Ja, das ist echt anstrengend, ne? Oder jemand, der gut FIFA spielen kann und ein geiles Team hat, ist halt wirklich. Ja, was willst du dagegen machen, Digga? Für Nathan. Ja, ihr habt mich doch auseinandergenommen. Die Türken machen das unmöglich wie möglich. Ist er Türke oder was, der Nassi? Ich kenn ihn nicht. Ich hab noch nie von ihm gehört, Digga. Aber ich verfolge auch keinen Schalke, ne? Oder generell Bundesliga. Barcelona bis zum Tod. Boah, Fünferkette hinten, Kappa, Digga. Ja, nein, bitte. Oh, shit. Ich höre, schade. Er holt immer 29-1, Digga. Warum spielen wir gegen solche Leute, Digga? Wir haben nichts mit rückgängig zu tun. Wir sind auch nicht die besten Spieler. Aber warum? Passiert halt. Ey, 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 ey. Warum spielt er nicht gegen Leute, die wirklich so gut sind wie er, Digga, ja? Ey, FIFA, ne? Matchmaking ist auf jeden Fall noch ein Po-Oi. Das spielt ekelhaft, ne? Ich mag solche Leute nicht, die die ganze Zeit skillen und so. Ja, Mann. So ungefähr. Oh! Schade. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Ist doch fast Insolvenz, Digga. Können wir über andere Sachen reden? Michi spielt hier gerade gegen 30-0 Spieler, Digga. Erste Mal, dass wir wissen, dass wir gegen jemanden spielen, der 30-0 erreicht hat, ne? Sonst haben wir noch nie gewusst, dass jemand, äh... Der VW eSports, gegen den hab ich auch schon gespielt. Echt? Ja. Ich kam danach hier in Chat. Oh, toll. Digga, sei mal ehrlich. Hat er nicht gemacht? Ja, Digga. Er hat mich gef... Er war so Top 100. Krass. Er war 30. Oder 20. Krass, krass, krass. Nicht mal, er war viel höher. Ich hab ihn gesehen, Digga. Okay, dann das zweite Mal, dass wir hier jetzt gegen jemanden spielen, der 30-0 tut. Den konnte ich gar nicht sein. Oh, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Nein! Der gegen den VW eSports ging nix. 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 Schado. Okay, erste Halbzeit, Digga, ne? Die Lage sieht auf jeden Fall nicht... Boah, 72. Boah, 72. Boah, 72% Ballbesitz, Digga, ja? Bundesliga-Torfer. Ah, das sieht nicht gut aus, Digga. Ich will gar nicht gegen die Spiele, Digga. Naja, lass mich spielen. Ich schwöre, lass mich. Egal, wie ich mach. Wir wechseln dann. Auf jeden Fall nicht gegen die Spiele, ehrlich. Egal, ich mach schon. Mal gucken, wie hoch ich jetzt verliere, Kappa. Ich bin voll angeschaut, sag ich euch ehrlich. Ich kann nichts in FIFA, ne? Ich bin lost, Digga. Wundert euch nicht. Ja, Bro, chill. Kein Nerven-Ding gerade, ehrlich. Das geht gerade. Och, Digga. Perfekt. Aber glaub mir, Digga, PS5 nur schwitzen. Nein, nur. Geht nicht anders. Ja, ich schwöre, PS5... Eigentlich ist es dumm, dass wir PS5 spielen. Ich schwöre auf alles. Nur diese ganzen E-Sportler und so haben PS5, ja? Richtig ernst. Leute, die sich echt interessieren für Zocken. Die ganzen Casual-Gamer, die ab und zu zocken, die haben alle nicht PS5, Digga, ehrlich. Ich schwöre, was hat der für einen Pass genommen? Hab ich noch nie in meinem Leben gesehen, so einen Pass. Hast du gesehen? Ja. Und zack, zack. Scoop to einen Pass. Aber wir schwitzen jetzt, Digga. Direkt Ball verloren. Perfekt. Ich will mal gucken, ob ich ihn finde bei Instagram. Du denkst, chill doch mal ein bisschen, ja? Ich werde nicht aufgeben. Ja, wir können auch PS4-Version spielen. Man kann sich immer entscheiden, ob man PS5-Version spielt oder PS4-Version. Ah, er spielt auch Nationalmannschaft. Marokkaner. Komm! Crespo, komm! Mach einen. Digga, ich schwöre, ich wusste, er dachte, ich spiele rüber. Aber der Onkel, der macht das Unmögliche möglich, Digga. Slack! Vielleicht gewinne ich noch, 4-2. Ich will gar nicht gegen das Spiel. Anstatt, dass er sich im Fußball verbessert, er holt die ganze Weekly-League immer 30-0 aus. Ey! Gesehen, die sind am Absteigen gerade. Ihm ist egal, Digga. Hauptsache, er... Ist er verletzt eigentlich? Ich hab gesehen, es ist eine Kopfverletzung. Der hat heute gar nicht gespielt gegen Frankfurt. Ja, keiner ist ja verletzt, Digga. Oh, Digga! Ich hab gesehen, in Dezember hat er so einen Verband im Kopf gehabt und wurde vom Platz getragen. Oh, meine Babs. Boah, der hat mich... Der hat mich, der hat mich gebrochen. Er ist gut, ehrlich, ne? Aber glaub mir, das ist auch viel Teamsache, wirklich. Das ist viel Team. Gib mir das Team, was er hat, Digga. Digga, Hullit, Vieira, R9. Digga, gib mir nur diese drei Spieler. Jura, R9, Hullit. R9 ist wirklich. Das ist... Boah. Das war ein bisschen hart. Der hat zu hart gespielt, ja. Wir müssen Fußball nicht immer fit sein, jeden Tag und so. Ach, schon schlaft, Bruder, keine Ahnung. Was? Guck mal, wie er durchkommt, Digga, ja? Ne, macht ja auch einen. Boah, R9 ist so krank, Alter. Hast du gesehen, wie er durchgekommen ist? Ist schon krass. Wie er durchkommt, Digga. Bruder, mir geht's gar nicht gut grad, Kai. Wie geht's dir? Er ist ja einfach ein Spiel als Schelle gegeben. Noch nicht gesehen, Digga. Ich wollte es sehen. Er ist alles käuflich. Ja, aber voll billig. Digga, das kann doch nicht sein, ja? Okay, okay. Das kann nicht sein, Digga, ja? Auch nicht gut. So fühle ich, Kai. Jetzt doch! Oh mein Gott, Krass. Wie viel Sprung gehabt hat er? Wie viel Kopfball hat er? Kopfball hat er fehl. Was macht er, Digga? Köpft doch wenigstens aufs Tor, du Schwanz. Ich glaube, wenn Schalke absteigt, er spielt trotzdem Weekend League weiter. Ihnen ist egal, ja. Haha! Was sagt der da? Er weiß, das ist vorbei. Der dachte, er kann nicht flachsen, Digga. Boah! Schnell durch! Ja! Ja! Nur ein Tor, Digga! Ach so! Ich dachte, ich dachte, ein Tor. Ich dachte, er fehlt nur 4-3, Digga. Real ist die Mannschaft, meinst du? Ja, okay. Jetzt steht er auf Zeit, Digga. Aber warte mal. Was geht ab, Digga? Ich würde gerne sagen, dass ich dich liebe, aber... Danke auf jeden Fall. Dein Bruder ist noch blau. Danke für den Sub, Bro. Aber danke. Ich würde dich richtig lieben, wenn du noch ein paar Subs verschenken würdest, mein Bruder. Danke für den siebten Monat. Danke auf jeden Fall, Digga. Warum macht der jetzt so, Digga, ja? Warum spielt der so, Bro? Ist eigentlich der allerechte Lionel. Ja, ja, das ist der K. Lernt man sowas bei Schalke? Zeiss viel. Hahaha! Anscheinend schon, Digga. Was soll das, Bro? Er meint ernst, ja. Das ist doch nicht korrekt, Digga. Ja, er hat doch noch zwei Tore vorne. Digga. Ja, ist gut. Digga. Hahaha! Jetzt wartet er auf Zeit. Jetzt kommt. Jetzt kann er... Schade, schade. Hätte ich von Anfang an gespielt, Kappa. Schade. Schade, schade, schade. Die, die, Alter. Der ist echt ein guter Spieler, ja? Ja, Mann. Echt ein guter Spieler, Alter. Schade. Der ist gut, ehrlich. Ja, ich habe noch drei Tore gemacht, ne? Oder zwei? Nee, drei. Nee, zwei. Drei. Schade. Oh, Mann, Alter. Das fackt mich echt ab. Egal. Wir haben Gold 1 erreicht. Aber willst du noch zwei? Sound From 3 Qual 77 zabelastisch.